ihr freunde was genau zu einer hohe und action reich folge gewesen die will ja die letzte folge nach der also wir hatten nie so viele gegner auf einmal aber auch viel mehr gegner da als wir in den ganzen spieler vor hatten also was da abgeht waren in diesem nest von denen und jetzt gibt es weiter speichert mit und runter geht ok kommt jemand das ist nicht gut das ist der von anfang an die nächste Woche 2 ein Wort der von anderen ja der mädchen erhalten der Ehrer allerweise als er hat auch die Ich habe noch einen Abstand. Okay, ich habe noch einen 2.000. Schlazer. Ich habe mich hier bei Familie. Das ist auch nicht so. Das ist WZ. Hey, ich kann auch kaum campen, das ist viel zu klein Oh, ich würde seine Freunde Alter, wie es so ist, ist er so fucking schnell, Alter Irgendwann, die Granate verboten Boom, die Welt Geh drauf, du fettes Vieh, Alter Yo, was macht ihr denn? Ich bin tot Alter, das war schon wieder umkommt, bitte Äh, äh Ich starte noch nicht neu, oder? Oh Gott Wurde mir jemanden was schieben? Ja, so gehen Alter, sowas gerade abkriegen, das war schon wieder Wurde mir jemanden was schieben Das ist nicht gut Da müsst ihr wieder mal freuen Da müsst ihr wieder mal freuen Macht so ein Damage Schaut euch das an Ach, Mann, wieder weg Ich hab noch ein Eurobombi Ich hab noch eine Ruhebombi Ich bin dafür Da ist wieder oben Das war richtig schall. Da sind alle Rohrbomben. Ich gehe also hier diese... Was ist das? Wir können noch mal die... Waffe hier zuhören. Wir haben ihn. Oder? Ja. Oh mein Gott. Ich glaube die Waffe ist sehr OP. Also was... Das war mal wieder ein Bossfight, ne? Weil wirklich alles drauf geballert ist. Ich habe noch eine Mine. Starkreiß. Aha. Die leuchten 10.000 Sachen. Das ist sympathisch. Da haben wir was. Da haben wir was. Da haben wir was. Noch mal 3. Okay. Oder 10. Soll ich denn noch? Da muss sowas geben. Da haben wir was. Da haben wir noch was. Aha. Okay. Oh mein Gott. Nee. Aber gut. Da habe ich noch was. Ist das oder? Na gut. Na gut. Na gut. Was war das? Ich weiß ja. Guck mal. Das läuft. Das läuft. Ich muss kurz noch schreiben, Leute. Das ist ganz wischig. Scheiße. Ich finde hier nichts mehr. Ich muss irgendwas noch sein. Ich bin hier unten dran. So, ja, keine Ahnung, Leute. Ich will das aber haben. Guck mal, hier ist auch ein Weg, ne? Da, darf ich, ne? Ne. Also, da ist was? Ja, da. Oh mein Gott, ich hab's. Scheiß Ding, bitte. Das war alles. Aber dahinten hat er noch rot. Ach so, weil wir hier noch gleich nicht waren, oder? Ja. Doch, doch, hier waren wir. Da blickt was. Ne? Schaut aus. Ähm, ne, ich glaub hier bin ich grad nix. Hat auch hier. Ja, perfekt. Wir haben alles schön blau. Da, da sind nicht so, wir haben. Warte kurz, tut mir leid, nervt sich aber niemand. So, jetzt geht's aber wieder voran. So, ey, wir brauchen unbedingt Q, denn wir haben so viel... Oh? Erinnerst du von der Korne? Aber jetzt passiert irgendwas, ne? Mhm. Und alle vier. Da ist er jetzt. Was? Du hast was drauf, Winters. Respekt. Hats ab, Arschloch. Wenn ich dich finde, dann... Komm runter. Nicht mehr lange und du bist am Ziel. Ich helfe dir. Aber dafür musst du... Muss ich was? Komm erst mal zu mir. Platziere die Flakons auf dem Altar. Den Rest findest du sicher selbst raus. Bis dann, Winters. Durchgekneiser. Verdammt! Damit macht die Tief uns auf. Das ist schon mal sehr nett. Okay, was war das jetzt? Nur ein Teller. Ah, die Leute! Das war das! Okay. Reichtigt. Okay. Reichtigt. Okay. Ich brauche das jetzt Cloch. Und dann? Ich brauche das schon. Okay, ich weiß noch, wo die Neverwaffe rauskommt. ja und zwar kommen wir raus wir haben noch was aber ja meine tür verflossen aber ich glaube ich habe noch nicht raus das ist ein paar Beispiele das ist ein paar Beispiele aber ich glaube jetzt haben wir foto eines geister fisch jetzt ok dann geht hier raus aber wir kommen jetzt trotzdem bei dieser tür raus ja das ist jetzt wir so anscheinend paar schicken wo seid ihr denn der bühne ich würde sagen wir haben jetzt selbst ohne dass wir die verkaufen über sagt ihr sind immer positiv und da schreiben ich denke wir haben so wir haben so 60k ohne jetzt was verkaufen mit verkaufen wir haben selber 100k ich bin hoch erfreut dich lebens wiederzusehen ich habe neue sachen vielleicht enttäuschen mein lieber vielleicht noch irgendwas machen einfach gar nichts beachte mich gar nicht wir haben doch nur wenn ich auf den schick hierfür verkaufen alle stück 100.000 ist von dem verkaufen richtig viel ich habe jetzt neue waren mit mir das alles verkauft also alles auf mir ich bin jetzt neue waren hals und beinbruch suchst du nach etwas bestimmtem ich komme ihn noch verbesserung wenn wir auch alle weil wir haben ja alles sind ich bin jetzt das letzte und lieber kurz bevor wir es machen und zwar zwischen dem schatz gucken so ein bisschen weiter weg aber ich glaube ich weiß was ich weiß was ist ein an zum grab ich glaube ich habe mir das daran zu haben wir schon probiert ich weiß ich habe könnte probieren weil das mit den ganzen puppen hier aber also wenn das nicht geht dann die hängebrücke ich muss das aber gehen die hängebrücke ich habe es nicht mehr aufbekommen jetzt die wird die 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 das die 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 Was ist das denn, Junge? Nicht schon wieder so einer. Ey. Alter. Okay, ich mache schon eine Rohrbombe. Aber ich mache nicht so. Ich mache nicht so. Ich mache nicht so. Alter, wie die Schucht ist viel. Alter, ich kann nicht mehr. Ich kann es noch vorbeilassen. Oh Gott. Alter, Junge. So ein Treck hier. Ich muss einfach wieder so herstellen. Yo. Ich habe so besonders, oder was? Weil ich zu beschützen, den 10.000 Leute. Oh, eine Mine? Boah, ich habe fast gar nichts mehr. Okay. Alter. Wie viel Arznei auch hätte ich verbraucht. Ist eine Mine. Ach, die dort. Warme. Sehr schön. Okay, alle stehen trotzdem wieder. Okay. 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 Also, wenn da eigentlich nichts Besonderes drin ist, dann werde ich böse. Ein Cage. Okay. 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 Wenn ich wenigstens 50.000 Meter hat, dann habe ich das Spiel. Ich möchte. Ich habe jetzt eigentlich aber trotzdem. Ja, sieht aus, ne? Sobald wir alle hätten. geht schon wieder ab wir haben ja 22 Minuten gebraten so duke wir schauen uns jetzt weiter jaja 18.000 sie verarschen oder 18.000 aha das fähre ich aber umfällig ja die können wir halt brauchen ja nicht zu verbessern oder wir benutzen die ja eigentlich nicht ich finde das noch verpasst ist ich hoffe das eigentlich danke für deine treue wir fühlen das jetzt ein ersetzter was was war das was war das was war das was war das Okay. Mal schauen, was das nächste Display wird, Leute. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Mach dir keine Sorgen um das Kind. Alles wird gut. Oh Gott, bis jetzt in einen ganz neuen Gipfel. Na los, komm einfach über die Brücke. Einfach über die Brücke, ne? Ja, was machen wir noch? Scheiße, Mann, ey. Ah, Ethan Winters. Willkommen. Du hast Donner und Moro bezwungen. Respekt. Hast in Amerika wohl schon Schlimmeres überlebt, hm? Ich mag dich. Ich will mit dir über Rose sprechen. Und Miranda. Komm rein. Keine Sorge. Das ist keine Falle. Ja? Was soll das werden? Ja, wo sind wir jetzt hier eigentlich? Was ist das? Mia? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Gib's zu. Du denkst, wenn du mich beseitigst, kriegst du deine geliebte Rose zurück. Ich werde sie retten. Sieh mal. Du, du verstehst das falsch. Verdammt, ich rede. Letzte Warnung, Penner. Bitte verzeih. Bitte verzeih. No, what the fuck. Setz dich. Hör zu, die verarschen dich. Was soll das heißen? Dass das ein Spiel ist? Ich sagte, setz dich! Ein monströses Miststück. Eine Psychopuppe. Und ein Schmachkopf. Einfach die Machtbühne. Weißt du nicht? Die testen dich, ob du stark genug bist, Teil von Mirandas Familie zu sein. Ich will kein Teil ihrer Familie sein. Ich auch nicht. Und sieh mich an! Ich bin der Nächste, richtig? Beseitigst mich. Nimmst meinen Platz ein. Denk nicht mal an! Ich interessiere mich einen Scheiß für dich. Ich will einfach meine Tochter. Ich doch auch. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Lässt sogar Miranda zittern. Ich schwöre, wenn du nicht sofort aufhörst! Ich weiß, wie schlecht da rein ist. Ich sag's euch. Du und ich Ethan. Wir retten deine geliebte Rose und benutzen sie, um Miranda in Stücke zu reißen. Meine Tochter ist keine Waffe. Fick dich! Ja, ich wusste es, oder? Letzte Chance. Du willst nicht wissen, was da unten ist. Das Risiko geh ich ein. Dein Graf. Du kannst nicht sagen, Mann. Der macht mich jetzt echt kaputt. Oh nein, oh nein, oh nein. Hallo! Ich bin Ethan! Oh nein. Das ist nichts kannst. Duelst an. Jawohl. Das ist... Ending! Man wieht zu. Ich bin sofort bei euch. das ist nicht geil ja und jetzt alter ich bin tot ja ich nehme auch eins mehr scheiße hat die ja ok hat gut also sein ist ein sack hast du sobald ich weiß wo ich denn ja nie weiter Ja, neune! Hier! Ich hab' nicht los! Hab' ich nicht gesehen! Ja, okay! Er fällt 20 Meter runter über dem Tal! Oh! What the fuck, Alter? Aber Leute, genau an der Stelle machen wir in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und adios!